Im Brückenkopf von Oranienbaum waren während des deutsch-sovjetischen Krieges von 1941 bis 1944 Truppen der Roten Armee von der Wehrmacht in einem Gebiet am finnischen Meer Busen um die nordrussische Stadt Oranienbaum, westlich von Leningrad, eingeschlossen. Er ist nicht zu verwechseln mit dem Brückenkopf Oranienbaum im Jahr 1945 in der deutschen Stadt Oranienbaum. Geschichte Am 16. September 1941 erreichten deutsche Truppen der Heeresgruppe Nord von Süden kommend bei Peterhof den finnischen Meer Busen und Schnitten Teile der sowjetischen Leningrader Front von ihrer Hauptmacht um Leningrad ab. Kurze Zeit später schlossen die deutschen Verbände auch Leningrad ein und die Leningrader Blockade begann. Der Brückenkopf maß in Ost-West Richtung 60 km und in Nord-Süd Richtung 25 km. Er wurde von der ebenfalls von sowjetischen Truppen gehaltenen Insel Kotlin mit Kronstadt im Norden und von Leningrad aus versorgt. Er erhielt Artillerieunterstützung aus Kronstadt und von den Schiffen der baltischen Flotte, die ab 30. August in diesem Gebiet die Schlachtschiffe Oktyapreskaya, Revoljusia und Marat einsetzte, außerdem den Kreuzer Kiro, den Flottilienführer Minsk, die Zerstörer Surovi, Gordi, Smetliwi und Slorni sowie einige andere Schiffe. Die Stellungen des Brückenkopfes schützten, zusammen mit der Festung Kronstadt-Leningrad vor deutschen Angriffen von der Meeresseite. Die Versorgung war nur über den finnischen Meerbusen möglich. Das Kräfteverhältnis im Herbst 1941 wird wie folgt angegeben. Die sowjetischen Truppen umfassten fünf Schützendivisionen und zwei Brigaden der Marineinfanterie. Die deutschen Verbände bestanden aus vier Infanteriedivisionen. 1942 plante die Wehrmacht einen Angriff auf den Kessel, doch ein sowjetischer Angriff und die erste Ladoga-Schlacht verhinderten die Umsetzung. Beginnend im November 1943 wurden die Truppen im Brückenkopf heimlich durch Teile der sowjetischen Zweite Stoßarmee im Umfang von etwa 44.000 Mann, 600 Geschütze und weiteres Material verstärkt. Am 14. Januar 1944 brach sie im Rahmen der Kassnusch-Selow-Ropscher-Operation aus dem Brückenkopf aus. Unterstützt von der Artillerie aus Grundstadt und Schiffen der baltischen Flotte, die deutsche Wehrmacht wurde zurückgeworfen und die Leningrader Blockade durchbrochen. Die sowjetischen Truppen stießen weit nach Süden und Westen vor.